das ist eine situation die jeden mal passieren kann man fährt dahinter ist ein zebrastreifen du musst damit rechnen dass da leute rauskommen aber dass die leute natürlich auch nicht aufpassen damit muss man auch rechnen aber wie gesagt sie hat es bemerkt hat sich dann auch entschuldigt ich bin auch sehr langsam gefahren war alles in ordnung ja 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 ja